Der Terminkalender von Heidi Klum ist prall gefüllt. Zwar ist die diesjährige Staffel von Germany's Next Topmodel bereits abgedreht, trotzdem hat die 45-Jährige noch alle Hände voll zu tun. Da gibt es nämlich noch ihre Dessous-Kollektion und die Hochzeit mit Tom Kaulitz will ja auch noch geplant werden. Doch egal wie viel das Model zu tun hat, für ihre vier Kinder findet Heidi immer Zeit. Davon zeugen immer wieder intime Einblicke in den klumschen Familienalltag, die die Vierfach-Mama neuerdings bereitwillig auf Instagram teilt. Momentan genießt Heidi eine kleine Auszeit mit ihren Kids und Tom in Berlin. Und dabei entsteht dieser Schnappschuss in ihrer Instagram-Story. Darauf zu sehen? Tochter Leni. Die 15-Jährige macht mit ihrem coolen Bauchfrei-Look eine ausgesprochen gute Figur. Mit ihren langen Haaren könnte sie ihrer berühmten Mama modeltechnisch glatt Konkurrenz machen. Die lange blonde Mähne ist genauso schön wie die von Heidi. Man kann erkennen, dass aus der 15-Jährigen eine junge Dame geworden ist. Dass die Model-Mama aber auch sehr viel Humor hat, beweist sie mit diesem kurzen Video. Dank des Snapchat-Männerfilters können wir sie hier als Mann bewundern. Eines wird dabei klar, Heidi kann sich definitiv auch als Mann blicken lassen. Natürlich flippen auch die Fans der Bergisch-Glattbacherin bei diesem Anblick völlig aus. Auch als Mann ein Topmodel und als Mann würdest du alles abräumen, ist da zu lesen. Langeweile bei Heidi Klump? Niemals!